So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Live View Ream. Äh, ja. Was ich erstmal ganz am Anfang sagen muss ist... Ähm... Erstens, ihr merkt... Das ist... Das Video hier ist jetzt zum letzten ziemlich abgehackt, was daran liegt, damit mir... Ja, die beiden anderen Aufnahmen, die ich danach noch gemacht habe, kaputt gegangen sind. Ich weiß auch nicht warum, die... Haben einfach nicht funktioniert und dann... Naja. Äh, ja, deswegen... Ähm, ja, das seht ihr dann nicht mehr, was passiert ist. Das tut mir natürlich sehr leid für euch. So, außerdem, ähm, naja, merkt ihr ja, in letzter Zeit kommt Live View Ream manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später und so oder manchmal auch einmal gar nicht und naja. Das tut mir echt hammermäßig leid, ja, weil ich möchte auch meine Videos immer regelmäßig bringen und manchmal schafft es, ich sage es einfach nicht, ne. Weil ich habe zurzeit Nachmittag noch einiges zu tun und deswegen kommt das da nicht hin. Und deswegen... Ähm... Ja, wird das jetzt erstmal... Deswegen werde ich jetzt nichts... Äh, nee. Deswegen werde ich jetzt nichts sagen, damit... Ja, jetzt wird alles besser und so. Ähm, ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich werde versuchen, das alles immer möglich zu machen. Ich meine, dieses Video muss auch wieder in, äh, hier knapp zwei Stunden da sein. Ich meine, jetzt denken Sie bestimmt zu jeder, ja, das ist ja richtig viel und so. Sekunde, ich muss kurz hier... Stopp, oh. Ja, das ist ja richtig viel und so. Aber das hört sich auch noch so viel an, ne. Ähm, einfach durch den... So durch die Qualität, die ich euch geben will, weil ich mir jedes Video nochmal durchhöre und so. Damit ich auch über die Qualität zufrieden bin, nochmal, äh, Rauschentfernung drüber lege und so. Ne. Einfach damit es sich für euch besser anhört, ne. Äh, und das braucht dann echt seine Zeit dazu. Also, ich hatte ja mal ein Video, wo man PC gestreckt hat. Das hat... Ach du Scheiße. Das hat... Ich glaube, ich habe acht Stunden gebraucht. Ne, also das dauert teilweise echt lang. Was ist denn los mit den Flugzeugen? Na, echt egal. So, ähm... Also, wie gesagt, ähm... Ich weiß nicht, das kommt jetzt halt auf dran, ob ihr dieses Video heute noch seht. Ob... Ach du guck, ist das laut. Ich werde mal den Zaun ein bisschen leiser stellen. Ah ne, ich kann nicht einfach... Das Zaun passt nämlich so perfekt. So, ich werde das jetzt einfach hier ein bisschen leiser stellen. So. Ähm... Ja, ob ihr das Video heute seht, liegt auch nur daran, ob jetzt dann alles beim Rendern und Hochladen glatt gehen wird. Ähm... Ja, wenn nicht, dann wusste ich das halt nicht. Allerdings werde ich jetzt, ähm... Ähm, richtig... Es war halt in den letzten Tagen auch so, ich... Ich hab mir immer so gedacht, ja, nee, jetzt nicht Video und so. Äh... Ich... Es lag nicht am Bock aufzunehmen, sondern es lag am Bock hochzuladen und zu rendern, ja. Und... Äh... Naja, das gehört halt einfach dazu und ich hatte halt nie Bock. Jetzt hab ich das immer erst eine Stunde ungefähr angefangen, bevor das Video hochkam. Und... Naja... Da muss ich was dran ändern auf jeden Fall. Und eben dann... Ja, hier... Äh, da will ich im Voraus ausnehmen, weil, wie gesagt, jetzt hier zwei Stunden ist definitiv zu knapp. Das heißt, ich werde jetzt, ähm... Ähm... Ja... Äh... Die nächsten Tage sehr darauf, äh... Ja, sehr damit verbringen, meine Videos im Voraus hochzuladen. Einfach, weil... Das Ganze dann besser funktioniert, ne? Ich denke, das dürfte jeder verstehen, weil... Naja, da hab ich auch Zeit und dann wird auch Minecraft Case wieder kommen. Ähm... Ja, das... Da gab's jetzt nämlich einen Neustart. Also... Äh... Ja, versprechen kann ich nichts. Das heißt, es kann jetzt wirklich noch ein bisschen dauern. Äh... Ein bis zwei Wochen. Höchstens aber. Äh... Länger nicht, denke ich. Länger, denke ich auf keinen Fall. Und naja, dann seht ihr auch mal wieder etwas anderes. Als hier nur S&P immer, ne? Ich denke, es ist ganz gut, wenn ich ein bisschen Abfluss auf mein Kanal wegkomme. Okay, ähm... Nebenbei läuft auch meistens noch immer noch, ähm... Hier... Äh... Space Engineers allerdings ist heute der... Sekunde... Ist heute der... Freitag, 19. September. Und... Ja, ähm... Das heißt, morgen kommt die letzte Space Engineers Folge. Außerdem... Möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Echt für die vielen, vielen geilen Kommentare und so, die ihr mir zurzeit schreibt. Äh... Ja, das ist einfach nur hammermäßig geil, ja. Also, das freut mich wirklich, ähm... Ja, ich kann sogar hier mal kurz, ähm... Auf und mein Handy nachgucken. Äh, wer denn zum Beispiel so Kommentare schreibt. Ich hab grad da hier zum Beispiel. Im neuesten Part hab ich einen Kommentar. So, hier. Zack, zack. Mach. Äh, nicht im, sondern aufm. Oh, ich muss jetzt landen. Okay, fast. Äh, ja. Dann werd ich auch gleich mal ein paar Leute erwähnen, ja. Äh, ich denk, das dürfte die freuen. So. Ähm, hier. Erstes Video. Äh, letztes Video. Vor gestern. Vom lieben her. J3 LHD. Joel 3. Äh, Joel HD vielleicht. Ich weiß nicht, wer das ausspricht, ja. Vielen Dank für deinen Kommentar. Für deine beiden Kommentare, ja. Ähm. Oder auch hier. Was ich auch richtig geil fand, äh, wie viele Kommentare ich hier auf, äh, mehr, mehr Abos bekommen hab. Auf Part 70 ist das, glaub ich. Also, dat war wirklich, dat hat mich richtig umgehauen. Ne, ist echt krass von euch, ja. Ähm. Von. Sekunde. So, von. Hier. Michael. BRM. Ähm. Ja. Scheiße, ich sollte auf dem Weg so. Ja, erstmal hier, kurz sagen, äh, Michael, BM, ja, auch vielen Dank an dich. Oder Traps, richtig, vielen Dank an dich, äh, ja, ne, vielen Dank an dich, ja, richtig geil von dir. Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz, äh, hier drauf, so, ähm, guck ich irgendwie wieder zurück. Oh, ne, ich dachte mir, zeitenrunde in seinem Arsch. Alles jod. So. Hier, kein Problem, ja? Wir fliegen, fahren einfach nochmal zurück. So, ja. Komm, jetzt mach hier. So, Sekunde, ja, mein Handy ist ein bisschen langsam. Kaufe ich mir schon ein tolles Handy und es ist trotzdem langsamer toll. Huiuiuiuiui. Ob das Flugzeug noch durchhüllt? Ich brauche definitiv mehr Anlauf, das weiß ich. Oh, jetzt ist jetzt der Bild und was gewonnen. Das gibt's doch nicht. Mann, ich verwende hier. Also, ne, die beiden, die ich halt schon genannt habe, haben wir sich vielen Dank an euch. Dann, jetzt werden wir hier die, doch, hier werden die Kommentare angezeigt. Ähm, hier noch ein anderes Video, wo ich einen Kommentar drauf habe. Und zwar von, Sekunde, ich hab's gleich, ja? Ach Gott, Handy, ja? Einmal, wenn ich meinen Zuschauer nie was Gutes tun will, magst du nicht mit, ja? Ist gut. Hier, auch wieder von Joel, ja, ähm, und auch alle anderen, die, äh, mir mal Kommentare geschrieben haben. Vielen Dank an euch, ja? Äh, das freut mich immer wieder und gibt mir natürlich, wie auch schon in anderem Fall angesprochen habe, äh, mehr Motivation, um dann eben auch, ja, äh, regelmäßig YouTube-Videos zu machen, ja? Also, hammermäßig vielen Dank an euch. Äh, ja, hilft mir auf jeden Fall sehr. Erst recht, wenn's, äh, ja, konstruktive Kritik ist. Äh, die mir hilft, man kann da noch besser zu machen. Aber, naja, so wie die Kommentare zur Zeit sind, äh, kann, kann man die ja, wie man will. Man könnte die theoretisch auch zu konstruktiver Kritik zählen. Sowas wie, yo, ist gut, deine Videos, äh, mach so weiter. Äh, kann man sehen als, okay, ähm, dem ist nichts aufgefallen, was ich jetzt direkt verbessern könnte, also passt das, was ich mach. Ne? Denker soll nachverziehbar sein. So. Äh, ja, außerdem muss ich eine Ankündigung machen. Und zwar morgen, ähm, ja, für euch dann wahrscheinlich Samstag, beziehungsweise Sonntag. Kommt drauf an, ob ich das Video hier noch hochladen kann. Äh, ich denk Samstag, ich denk Samstag. Vielleicht kommt's spätestens später das Video, aber ich denk Samstag. Also das Video heute. Und zwar... ...wede ich, äh, meine GTA San Andreas Qualität umstellen. Ach, jetzt hatte ich... Ich hab grad Popcorn gegessen und hatte ich jetzt was so... Zeug... Mutters, gibt's doch nicht, Sekunde. Muss das jetzt irgendwie loswerden. Pfff, pfff, endlich. Nein, anstatt, dass ich einfach hinlangen mir das raushol, mach ich lieber komische Geräusche. Ja. Ähm. Wo war ich? Scheiße. Ach, komm. Genau. Und zwar werde ich die Carping-Einstellung ändern, wie ihr es hier seht, hab ich... Komm. 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 Jetzt hier, äh, auf Display, AdWords. Hier. Meine Rewaltersolution auf 1440x900x32. Ähm, ja. Ich denke, dass es daran liegen könnte, damit ich diese schwarzen Balken hab. Das heißt, ich werde das unbedingt dann in 1200x... Äh, 1280x720. Und dürfte dann eigentlich keine schwarze Rinder mehr haben. Ich kann es nicht versprechen, ja, aber ich hoffe es. Wir haben jedenfalls ziemlich Premium. Weil, naja, die ist hier nicht so schön, die Rinder, ne? Probiert einfach mal aus, das sehe ich ja dann, wie es wird. Äh, und ja, wenn es nix ist, dann werdet ihr es auch nur einen Part sehen. Äh, ja. So, der Part geht noch ein bisschen. Ich werde den jetzt auch nur 10 Minuten lang machen. Einfach, weil... Das schneller geht. Und ihr trotzdem eure Videos bekommt aus dem... Naja, ist die Wahrscheinlichkeit bei einem 10-Minuten-Video viel höher. Da haben wir das Video auch komplett geguckt, als bei einem... 20-Minuten-Video, zum Beispiel. Oder eben noch länger. Ja. Also ich denke, 10-15 Minuten ist echt eine gute Zeit. Hui. Die ich mir... Ja, ja. Hui, Vorsicht, da darf man. Äh, die ich mir da rausgesucht habe. Ich denke, das dürfte klar gehen. Da dürfte eigentlich keiner von euch ein Problem mit haben. Ja. Wie gesagt, wenn schon, wenn ihr ein Problem mit irgendwas auf diesem Kanal habt. Äh, auch mit dem Kanal an sich und an mir. Ja, ich weiß, äh, liebe Hater. Falls es da irgendwelche gibt. Äh, falls sich einer hierhin verirrt hat. Zum Glück habe ich ja noch keine. Aber wer weiß. Ja. Vielleicht sind heute welche unterwegs. Ähm, dann einfach mal... Ja, schreiben. Hm? Und dann werde ich das natürlich verbessern. Äh, jedenfalls, soweit es möglich ist. Wenn jetzt kommt, mach 5 Parts SMP A 50 Minuten täglich. Das ist, äh, Ding der Unmöglichkeit, ja. So, und wir haben die Tour in 5 Sekunden geschafft. Dann wäre das Video jetzt auch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaltet nichts, weil ich hier wieder ein bei Display SMP Live Your Dream. Bis dann und tschö.